vorsichtig genutzt werden sollte wenn überhaupt wenn überhaupt du hast all ihre prüfungen erfolgreich bestanden du hast dich mehr als bewiesen du schaffst das du bist bereit dafür ich weiß ja nicht bitte sprich mit den hütern wenn nicht für mich dann für warum wollten die hier zum schweigen bringen warum ihr porträt zerstören ich vermute sie sind die person die sich in eine ziemlich persönliche angelegenheit eingemischt hat die demigeist statuen und die darin erteilten monde wurden aus gutem grund an ihren plätzen aufgestellt sie sollten sich nicht in die persönlichen angelegenheiten andere einmischen ich will ihn zerstören ich habe es satt mit ihm zu diskutieren sie können mich gerne begleiten wenn ich sie dort nicht antreffe melde ich mich wenn ich zurückkehre ich habe etwas für sie wie ist das jetzt in der quest auf zeit und gar nicht in was für große gefahr er sich begibt ich sollte ihn finden okay frage ist nur machen wir das jetzt wirklich jetzt direkt oder machen wir nur ein paar nebenquests zuerst halt so mal eben so kurze schnelle ne 40 von 40 raste aus wir müssen schon wieder sachen verkaufen mann okay wir müssen auf jeden fall sachen verkaufen ich würde aber ganz gerne gott gox ach das ist doch keine auf wir haben da wir haben da genug für zeit äh finde den schatz das machen wir jetzt nicht ich wollte am liebsten einmal finde den einhornbau verbotenen wald genau das würde ich ganz gerne einmal zuerst machen das mit dem verbotenen wald und den einhörnern aber vorher sollten wir trotzdem einmal nur nach hoxmeat kurz äh sachen verkaufen weil wir wieder komplett voll sind auch wenn wir jetzt alle prüfungen merlin fertig haben und diese 40 inventarplätze frei haben die sind viel zu wenig man braucht mehr aber das wäre jetzt wieder gerade zum beispiel so ne das ist es halt ähm das wäre eigentlich eine ganz gute möglichkeit gewesen so wenn wir so ein troll als gegner haben sich extra für den troll zum beispiel auch umzuziehen ne und dann zu sagen ja stärker gegen trolle oder 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 so sachen mal herzustellen dass wir so gegen gegen also wenn wir echt kleidung herstellen sollten damit wir gegen alle äh situation gewappnet sind dann das schaffen wir sowieso nicht dafür haben wir viel zu wenig platz ähm aber so für die meisten so so schwarze magier kommen halt immer trolle kommen halt immer kobolde kommen halt immer oder wilderer oder irgendwie sowas ne sowas könnte man theoretisch mal machen dass wir uns mal ein minütchen zeit nehmen und einfach mal irgendwie angehen einfach mal angehen und uns mal so ein paar spezielle sachen herstellen oder verzaubern oder wie auch immer ähm so ja wir wollen den verbotenen wald aber schaut mal wir haben hier nochmal eine nebenquest oh ne das war der okay moment das war der mann mit den monden wir können einmal kurz mit dem sprechen wenn wir jetzt eh schon mal hier sind und der hier steht dann gehen wir aber einmal vorher in den verbotenen wald wo ist das problem verzeihung sir zu den seltsamen demigeist statuen die ich gesehen habe was wer sind sie warum fragen sie ich finde sie faszinierend sie sind recht clever dankeschön darin steckt viel handwerkliches geschick und so weit nehme ich an also sind sie von ihnen ich ja schon damit wollte ich diesem armseligen trampeln moon ein hauch des leides bereiten das er mir vor jahren zugefügt hat und sie haben sie wieder entwendet genau auf bitte von mr moon ich habe ihre eule erhalten auf ihrem briefpapier ja es passt zum mon sich von schülern helfen zu lassen zu feige um es selbst zu tun hat sich kein bisschen verändert selbst in der schule war er ein feiger tyrann er gab mir einen fiesen spitznamen den ich nicht wiederhole ich war froh als er die schule verließ und aus meinem leben verschwand doch dann sah ich ihn wieder in hocksmeet das war zu viel auch wenn es mich mit genugtuung erfüllt das was ihm bloß ein einfacher hausmeister geworden ist die arbeit des hausmeisters von hogwarts ist wichtig naja schon oder mr moon tut so viel für die schule und er hat mich viel gelehrt er hat angst vor diesen statuen ich weiß sie hätten sein gesicht sehen zu finden dann habe ich die demigeist statuen erschaffen um ihn in die schranken zu weisen die monde sollten auf seine namen anspielen das hat wunderbar funktioniert bis sie anfingen die statuen zu beseitigen und ich werde nicht aufhören die statuen sind eine art schikane sie sind nicht besser als er vielleicht sollten sie beide aufhören da ist was dran wenn er sich so vor ihnen gegraut hat wie sie sagen hat er seine lektion vielleicht gelernt ei 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 sprich mit glatt wie den moon ja der ist jetzt wieder in der schule oder der ist in hogwarts right ja komm machen wir noch einmal schnell dann muss ich noch einmal kurz aufs klo machen wir noch mal ein kurzes bäuschen aber erstmal reden wir jetzt noch mal kurz mit ihm ich schätze mal dass wir dann die quest abschließen dadurch ich weiß jetzt wer hinter den demigeist statuen steckt es war ein klassenkamerad den sie schikaniert haben pierce pemberton oh ich hätte es wissen sollen zöpfchen pierce ich glaube er wird nicht gern so genannt wie kleine kinder er hatte so volle locken wir haben immer über sie gelacht ich wohl am lautesten wie kleine kinder cleverer man ich wusste nicht dass er so verschlagen ist ich sollte ihm gratulieren die übrigen statuen machen mir weniger angst jetzt wo ich weiß dass sie vom alten zöpfchen aufgestellt wurden sammeln sie sie ruhig weiter wenn sie wollen ich werde meinem alten freund einen besuch abstatten aber bitte nicht prügeln oder so fertig perfekt perfekt dann nehmen wir jetzt einmal wieder das mit dem einhorn ins target das mit dem einhorn das mit dem einhorn dann müssen wir in den verbotenen wald i guess dann gehen wir hier hin und von da aus dann in dem verbotenen wald machen das mit den einhörnern und ich bin einmal ganz kurz auf klo und komme gleich wieder bis gleich so sieht das gut aus ah wir müssen auch treffen nicht gut lol kirby lol wo wirfst du hin der kirby bist du dumm alter ich glaub's ja nicht alter ich glaub's ja nicht yo alter kirby ist so dumm das mit dem die das mit dem der kirche hat die die den den der Oh wow Oh wow Oh wow Oh wow Oh wow Oh come schon Da ist das ziel Verkauft hatten wir jetzt, hatten wir verkauft? Ja, wir hatten den Hops mitverkauft Okay, no way, ich wollte den Besen einsetzen Ab zum Einhornbau, finde den Einhornbau, stopp, 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 wir müssen hier ein bisschen langsamer vorgehen Ui, hier sind halt so viele Gegner Und Wie, haben wir den schon direkt gefunden, den Bau? Ja, Lumos, genau Wir müssen doch bestimmt Da Hazel, das Einhorn Müssen wir die jetzt fangen? Finde und rette Mit Arresto, Momentum und dann Scheiße, das war nicht gut Ja, es tut mir leid Oh mein goodness, war das Knapp Ah, ich wollte aber auch nicht Shit Ja, ich wollte aber auch nicht das einsetzen, Mann Wartet, wartet, wartet Ich hab das falsch, ich wollte das hier einsetzen, glaube ich Ich glaube schon Arme Hazel Ich komm, warte Ich komme Warte Warte, warte Warte Arme Hazel Wo ist sie denn hin? Ich glaube, sie ist hier Nicht abhauen Nein Nein, nein, nein Komm zurück Komm zurück Da ist er Jetzt haben wir genug Zeit Jetzt haben wir genug Zeit Halt auf! Komm schon Ich will doch nur helfen Hä? What the fuck? Okay, das muss irgendein Hä? Okay, wie können wir die Wie können wir die am besten Einfangen? Und wo sind noch mehr Spinnen? Ich weiß es nicht Müssen wir die Sachen einfach öfters Was denn? Wo denn? Wer denn? Du Oh nein Centauren Oh mein goodness Das ist nicht gut Ja, Natty Oh Ich bin sofort da, Natty Ich muss nur einmal ein Einhorn fangen Hallo, Poppy Ach du Scheiße Die Centauren, die Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist Jetzt den Centauren sich entdecken zu Oder von den Centauren sich entdecken zu lassen I don't know, ey Ich habe doch F gedrückt So eine Scheiße Scheiße, wie geht das? Hm Müssen wir jetzt einfach schnell sein? Hallo, geh doch rüber Das fängt immer wieder von Null an So eine Scheiße, ey Okay, ich weiß gerade nicht genau, wie Wir das scheiß Vieh fangen können Ach, jetzt gehen wir hier auf die Nerven, du blöder Töter Lass mich, die müssen Was, wer bist du denn? Was machst du denn? Ach, nee Wie kriegen wir denn dieses Einhorn? Ich glaube, das dauert alles immer ein Ticken zu lange, ne? Mit dem Arresto Momentum Wo ist denn Hazel jetzt? Hazel ist da oben Können wir irgendwie Keine Ahnung Die bürsten oder so So ein bisschen das Vertrauen gewinnen So Geht das? Ne Bleib ganz ruhig Ich werde dir nichts tun Arresto Momentum Hm I don't know How to Catch Hazel Hm Gar nicht so einfach Jo Wie ich einfach Stell dich doch nicht so an Wir müssen jetzt schnell hinterher Oder? Wir müssen uns beeilen Hallo, du sollst schneller Das darf sich ablaufen Nein Keine Ahnung, ey Das geht so nicht In meiner Schwierigkeitsstufe ist es easy Da muss ich nichts drücken Hä? Wie? Oh Oh mein Gott Unsere Chance Oder auch nicht Das fängt wieder von vorne an Hä? Wie in deiner Schwierigkeitsstufe Was meinst du damit? Ich hab doch auf Ne, ich hab auf Mittel, ne? Hast du auf leicht? Oder wie? Ist das ja auch nochmal anders? Oder wie jetzt? Oh, wie fange ich denn dieses Scheißvieh? Hm Ach, leicht, okay Echt? Da muss man nichts drücken? Okay Warte nochmal So, jetzt Boah, wie close Und jetzt sind noch zwei Umdrehungen Wie soll das gehen? Da muss ich nur den Koffer einsetzen Und warten Mehr nicht Okay Es ist ja nicht mal Es ist ja nicht mal knapp Es ist ja Wir brauchen noch zwei ganze Umdrehungen Und dann hört Und dann Also es bricht immer ab Und dann brauchen wir noch zwei ganze Umdrehungen Alter Schwede, Mann Okay, vielleicht machen wir die Quest auch erst ein andermal Kann ich nicht währenddessen Schneller Schneller Zwei Ja, jetzt sind wir Oh, es kann so funktionieren Stopp, stopp, stopp Vielleicht kann es Wir müssen halt nur schneller sein Aber die ist so flott Oh, die ist immer so schnell weg Alter, das ist echt nicht leicht Okay So, jetzt machen wir So viel es geht So, stopp Jetzt Jetzt, jetzt Arresto Momentum Treffen Nein Hm Hm Puh Ich wüsste aber auch nicht Wie es sonst anders gehen könnte So Fuck Komm jetzt schnell Komm, 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 komm Hinterher, hinterher Wir müssen schneller sein Wir brauchen zu lange Wir brauchen zu lange Kann man die Länge, könntest du die Schwierigkeit ändern? Ja, könnte ich Aber es muss doch auch so möglich sein Könnte ich die Schwierigkeit ändern? Kann man die Schwierigkeit ändern? Ich weiß es nicht, aber es muss doch auch so möglich sein Ich weiß gar nicht, ob man die Schwierigkeit noch ändern kann Während des Spiels Ich weiß es gar nicht Doch, geht Aber es ist doch doof Das muss doch auch so funktionieren, oder? Ist egal Ist egal Haupt und Hauptsache haben wir die Quest schon weg Scheißegal Wo ist Hazel? Da hinten ist Hazel Jetzt probiere ich das mal aus Hat irgendwie jetzt nicht so viel gebracht, ne? Oder hast du Schwierigkeit Geschichte Oder ist das Oder hast du Schwierigkeitsstufe Geschichte? Ist mir auch egal Ich will diese Quest jetzt einfach nur haben Ich muss mir diesen Unsinn nicht geben Neh mir noch einmal den Rücken so zu Und bald findest du hinter dir Unsichtbar Na ran, dann Aretoa Aretoa? Was ist denn? Aretoa? Ja, Geschichte Okay Ja, man muss ja nicht unbedingt unsichtbar ran Man kommt ja auch mit Aresto Momentum Oder? Komm, wir machen das einmal unsichtbar Dann Aresto Ja, 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 ja Ah, okay So ist das ja echt super easy Okay Hazel muss jetzt zurück zum Tier gehen Aber egal So Jetzt machen wir aber wieder auf Normal Ich sollte Madame Buckbrook sagen, dass sie in Sicherheit ist So, das hätte jetzt sonst nämlich einfach ewig dauern können Es hat, ne, es funktioniert so, dass man Aresto Momentum einsetzt, ne Den ersten Teil macht und dann so schnell wie möglich Sie wieder Aresto Momentumt Und dann erneut versucht einzusaugen Äh Ne, und dann hätte es so funktioniert Aber jo, da muss man echt tierisches Glück haben, dass man das so schnell hinkriegt Madame Buckbrook Ich habe ihre Einhornfreundin Hazel gefunden Oh, ein Glück Geht es ihr gut? Geht es ihnen gut? Haben sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Uns geht es gut Bla, bla, bla Was? Geht es ihnen gut? Haben sie einen sicheren Ort? Ja, und es Was? Uns geht es gut und ja Ja, gegen eine Gebühr Ja, habe ich Es war schwer Uns geht es gut Und ich kann sie sicherlich beschützen Aber ich frage mich, ob sie mir bei den Pflegekosten helfen können Oh, ich bin so erleichtert Aber natürlich Es ist fast jeden Preis wert, sicherzugehen, dass mein liebes Mädchen versorgt wird Kümmern sie sich gut um Hazel, ja? Aber natürlich Juhu So Dann wollten wir noch Ja, Natti und Poppy haben halt auch wieder was für uns, ne? Okay, wieder so Aber eins wollten das hier Wollen wir das noch erstmal machen? Oder wollen wir jetzt erstmal Poppy Ja, Hippogreif Der Himmel Ja Komm, wir haben uns schon Komm, Natti braucht einen Freund, hat sie gesagt Wir müssen uns um Natti kümmern Wir müssen uns gut um Natti kümmern Äh, Karte Nein, Karte von Hogwarts In der großen Halle Ja Ungefähr Genau Patsch Sie hat viel durchgemacht, sagt sie Und braucht jetzt einen Freund Da sind wir doch zur Stelle Oh, wir essen alle Hallo, hallo Natti Manche Tage sind schwieriger Natti Ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters Und finde für ein, zwei Tage Frieden Aber jetzt gerade nicht Ich vermisse ihn Vermisse es, mit ihm zu laufen Vermisse das Matabele-Land Er sollte noch hier sein Und ich bin schuld, dass er es nicht ist Es ist nicht deine Schuld, Natti Du hättest nichts tun können, um es zu verhindern Das sagt meine Mutter auch Doch er starb, um mich zu schützen Und ich kann nicht anders, als mich schuldig zu fühlen Ich durchlebe diesen Moment viel öfter, als mir lieb ist Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Hallo und dem Rest von Rookwoods Bande Wirklich ein Ende setzen könnte Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an Und lassen Menschen wie Archie Bickel die Konsequenzen spüren Das stimmt, Natti Wir kriegen sie Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt Danke Wir werden sie bestimmt kriegen Angefangen bei Hallo Danke, dass du mit mir gesprochen hast Das war sehr hilfreich Kein Problem Das war es schon Okay, immer wieder gerne Dann gehen wir einmal zu Poppy Wo ist Poppy? Poppy, Poppy, Poppy Da So, dann schauen wir einmal, was Poppy noch von uns möchte Kann ich auch Bei einem Höhleneingang? Sieht recht dunkel aus Aber das hat mich noch nie aufgehalten Du bist hier Das hat uns noch nie aufgehalten Jawohl, Poppy, was gibt's? Wenigstens sind wir aus dem Unterricht raus Ähm, was? Hallo, ich hab so F gedrückt Doch Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht Aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach Beeindruckend Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat Ganz sicher bin ich immer noch nicht Aber diese passte am besten Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein Es ist vielleicht weit hergeholt Aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein Nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Durchaus Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt Weißt du, wieso diese Höhle gemieden wird? Es ist lächerlich Den Gerüchten nachtreibt die Höhle Menschen in den Wahnsinn Aber ich konnte keine Berichte von Leuten finden, die dort drin gewesen waren Also ist es entweder ein Gerücht Oder alle, die die Höhle betreten hatten, konnten danach nicht davon berichten Dann gehen wir doch mal rein, ne? Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen Das stimmt Aber sowas von Dann komm Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Biene, 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 Biene Ich mag keine Bienen Oder Wespen oder Hornissen Oder alles Fliegige Schwarz-Gelbe Unerschrocken Auf Entdeckung zu entdecke alle Kerker in Hügelgräben Oh, nice Cool Poppy, bist du... Ja Ich wollte gerade sagen, ich traue mich nicht ohne Poppy Irgend... Wir finden es wohl heraus, was? Irgendwas muss ja dran sein Dass Leute hier, äh... In den Wahnsinn getrieben werden Aber waren wir nicht schon mal in der Höhle hier? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren hier schon mal Wieder so einfach während der Entdeckungstour in irgendeine Höhle gegangen Wo kommst du klar, Poppy? Okay Was haben wir hier noch? Oh, ein paar Galeonen Binde den Mondstein Reveilio Reveilio Was ist das? Oh Gott, ein Sumpfkradler Achso Hell Okay, hatte ich jetzt nicht so gesehen Heilige Scheiße Wir haben einfach... Wir werden einfach beide die gleiche, die Poppy und ich Wir haben beide Arresto Momentum eingesetzt Uiuiui Juhu Geh weg Gut Gut gemacht Boah, ich habe das gerade so gar nicht als Sumpfkradler erkannt Ich dachte, was ist das? Für ein roter Klumpen Dann war das einfach ein Sumpfkradler So, hier müssen wir... Hier ist eine Lumos-Motte oder was? Lumos Lumos Wir müssen dann... Ah, nee, wir müssen hier die Motte reinsetzen Dann ist die Motte irgendwo anders Vielleicht... Vielleicht... Hier? Nein, 20er Leon Sip-Tam-Blet-Tam Äh... Depulso Jawohl Da kommen wir nicht mit... Ich weiß gar nicht, wie der Zauber heißt Weiter, sondern mit Depulso War ja klar Wir müssen aber... Oh! Hallo Vogel Wir müssen aber irgendwie... Ja Ja, aber Moment Wir müssen doch irgendwo... Ah, hier ist die Motte Wir sind an der Motte... Oh Wir sind an der Motte schon vorbei Moment, Moment, Moment Hier Mitkommen Und nu? Nein Die Pulso Ja, was passiert denn jetzt? Oh Und jetzt? Moment, weiter hoch Oder? Ja, nice Immer schön weiter Ah, ja Das sollte reichen, oder? Jupp Nice Du musst nicht hinterher, Poppy Warte einfach unten Wir kommen gleich wieder Das ist nur eine riesengroße Truhe Die wir unbedingt mitnehmen müssen Okay Katzen? Katzen, Katzen? Ich habe irgendwas Kratziges gehört Machen wir nur Blödsinn Die Katzen So, deswegen lasse ich mal Ein Ohr mal wieder hier auf Auf Halbmast So Noch mehr Vögel Hier ist auch eine Truhe Die uns sogar angezeigt wird Oh Oh, ja, ja, ja Aber es sind nur diese Mini Spinnen Die sind nicht so Die sind nicht so schlimm Aber die Truhe ist Auf der anderen Seite Äh Von was meinst du? Oh, wieder so ein Rätsel Mit dem Okay, Moment Was denn? Erst die Fupa Und jetzt das Ja, ja, gut Okay, zuerst Nee, Moment Was? Achso, doch Kreis Und dann das Äh, das hier Kreis Und dann Dieses hier Müsste das aufgehen, right? No? Ich denke Wir sollten Motten finden Achso Ja, true Aber Äh Moment mal War das Rätsel nicht so? Äh 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 So, jetzt gehen beide wieder rein Moment Hä? Also Äh Äh Ja, das ist das doch Zuerst das hier Und dann das hier Hat der das gerade nicht angenommen? Wir haben gerade nicht getroffen oder was? Ja gut, mag sein So Erste Kammer Dann haben wir Dieses Och Mann Poppi Pst Bitte pst So, erst das hier Und dann dieser Kreis Mit den Den hier Dankeschön Nochmal eine Motte Jawohl Wir müssen Wir machen eh alle auf Äh Wollen, aber Macht sie ja irgendwie auch nicht So De pulvo De pulvo Weiter, weiter, weiter Weiter, 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 weiter Juhu Perfekt Warum gehst du die ganze Zeit im Kreis? Wir brauchen noch eine Motte Äh Äh Ja, sollte nicht so schwer werden Poppi Wenn wir denn relativ schnell die Motte finden Aber Moment Bleibt die Tür jetzt vielleicht auf? Können wir hier wieder eine Motte rausnehmen? Lumos Lumos Ja, das funktioniert Okay Äh Oh, da hinten noch eine Wir brauchen beide So lange die Tür aufbleibt Ist das aber kein Oh Jetzt müssen wir wieder Oh Gott Okay Jetzt müssen wir beide auch wieder gleichzeitig irgendwie in Bewegung kriegen Na Kann man das von einem Ort aus Kriegen wir das hin von einem Ort aus? Ja Tchuuu Geil dich Poppi Poppi Höh Drei Motten Was? Moment Wir hatten die nicht ganz So, und jetzt Oder? Bis der hier auch fest ist Ah Jetzt bleibt das nämlich auch, right? Nein Okay, wir haben schon mal eine Motte Aber Doch, das bleibt jetzt Jetzt können wir hier die Motte raus Ich hoffe, das bleibt Ja, jetzt können wir die Motte nämlich wieder nehmen Und dann von rechts die Motte nochmal nehmen Und dann haben wir die Tür hier auch offen Ja, okay Sehr schön Hä? Komm mit So Easy Aber cool So macht das Spaß Äh, gehst du auch auf? Wir haben es geschafft, Poppi Wir haben es geschafft Oh Ich mag diese Viecher nicht Gerade noch rechtzeitig Ich mag diese Viecher nicht Hört auf Sehr gut Die halten auch so viel aus, ne? Alter, steht, ey Die brauchen Das dauert mega lange, bis die Bis die sterben Ey? Du? Wir können aber Einmal Magie einsetzen, right? Komm schon Boom Okay, nice Noch einmal Noch einmal Ich hab mir gedacht Noch einmal Warum denn nicht? Doch, komm Ja Bei dem bin ich leben Gar nicht mehr nötig gewesen Egal Jetzt haben wir es gemacht Jetzt haben wir es getan Da ist noch eine Truhe Und da geht es weiter Äh Oh Was bist du? Moment mal Ach, wir kommen gleich von da oben Da rechts Ah, Moment, Moment Okay Links ist nur der Bonus Es geht rechts rum weiter Glaube ich Doch, hier ist der Doch, ach ja, ja Hier ist nur der Bonus Das ist klar Ich glaube, es geht Es geht jetzt gleich hier rechts rum weiter Ja, sieht ganz so aus Okay Da können wir tauchen Na, an diesen Redpools kann man Doch immer tauchen, ne? Yes Kannst du auch tauchen, Poppy? Komm, lass uns zusammen schwimmen gehen Okay War ein kurzes Vergnügen Ja, Poppy Achso, ne, siehste Wir können auch zusammen Wir können auch viel länger zusammen schwimmen Nice Genau Und jetzt sind wir nämlich da Das sieht wirklich wunderschön aus Das sieht wirklich schön aus Lass uns den Weg Durchböllern Hätte ich nie gedacht Dass ich mich freue So viele zu sehen Also ich weiß ja nicht Ich höre ihnen jetzt eine Weile zu Und verliere langsam den Verstand Ach komm Stell ihn nicht so an Ja, möglich Diesmal ja Möglicherweise Der Mondstein Und wo ist der? Gut gemacht, Poppy Das war also tatsächlich die richtige Höhle Zum Glück Wir brauchen jeden Vorteil Wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen Wir sollten Dorans Vorschlag folgen Und den Mondstein zum Steinkreis bringen Warte nochmal Nö, es kann losgehen Wir haben jetzt alles erkundet Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen Oh Wir Oh, okay Das ist cool Jetzt landen wir automatisch da oder was Wir müssen nicht eben nochmal extra laufen oder so Das ist gut Der Steinkreis Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen Ich glaube nicht, dass es gefährlich ist Es hat besser Es hat besser mit Schnatzern zu tun Ach, es wird schon nicht gefährlich sein Ich glaube nicht, dass ein Storm wissentlich in Gefahr bringen wird Ach was Du hast recht Ich mache mir sicher unnötig Sorgen Genau Lass uns weitergehen Wir haben es fast geschafft Ich glaube, es ist da drüben Wie, wir dürfen jetzt nicht fliegen oder was Wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt Und gedroht jeden Wilderer lebendig zu häufen Der auf ihrer Schwelle auftaucht Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst Das hoffe ich Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen und die Schutz brauchen Ist so Wir beschützen immer nur die, die auch Schutz wirklich benötigen Ich denke, wir können ziemlich sicher sagen, wo der Mondstein hingehört Ja, bist du bereit? Oh, die Augen Mein Goodness Mondkälber, ne? Mondkälber sind das, ne? Ja, 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 ja Das war ein Mondkalt-Tanz Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond Krass Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes Das Muster ist allerdings immer anders Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können Kannst kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon zwei Mondkalbtänze gesehen habe Sie wird platzen vor Neid Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen Es war die Nacht Nun die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin Ich Zögerlich, du musst es mir nicht sagen Nun die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin Ach komm, erzähl mal Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt Vor etwa fünf Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen Zuerst wollten sie sie verkaufen Aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten War wohl profitabler Ich konnte es nicht mehr ertragen Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten Für mich war es ein gutes Omen Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war Wie meinst du, dass du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei? Du musst wissen Als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon Aus einem Wildererlager Ich stamme aus einer Wilderer-Familie Merlin Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy Das muss schrecklich für dich gewesen sein Ich fühlte mich nie wohl Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen Wie mutig Ich bin froh, dass du entkommen bist Ich auch Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte Das soll sich jetzt ändern Nach dem, was ich gesehen habe, bist du auf dem richtigen Weg Ich hatte ja auch Hilfe Ich habe noch nie davon erzählt Aber ich bin froh, dass du es weißt Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben Wie war es, in einer Wilderer-Familie aufzuwachsen? Ich erinnere mich vor allem, dass wir ständig umhergezogen sind Immer den nächsten Trophäe hinterher Es war chaotisch und gefährlich Und keine richtige Umgebung für ein Kind Wissen deine Eltern, was du jetzt tust? Zum Beispiel diesen Drachen aus dem Kampfring zu retten? Wir sprechen nicht miteinander Zumindest sprechen sie nicht mit mir Zuletzt waren sie in Borneo, um dort ihr Glück mit Akromantulas zu versuchen Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn sie davon erfahren haben Manchmal wünschte ich, dass dem so ist Jetzt, da ich älter bin, würde ich gerne mit ihnen reden Sie zur Vernunft bringen Aber ich befürchte leider, das würde auch nichts helfen Da waren so viele Wilderer in dem Zelt Warst du nicht besorgt, dass dich jemand erkennen könnte? Wilderer sind Nomaden Und die meisten in diesem Gebiet haben mich noch nie gesehen Aber irgendeiner von ihnen muss mich ja erkannt haben So sind sie auf Oma gekommen Danke, dass du es mir sagst Wir sollten zurück zu Doran Er muss das Symbol sehen Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen Wenn du den Mondstein holst Kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen Okay Fertig? So schnell? Wirst du mit der Zeichnung fertig? Gerade so Ich glaube, das Muster ist Ein Vogel Sieht jedenfalls so aus Stand im Tagebuch nicht Der Schlüssel zu den Schnatzern Sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es Das müssen dir Doran zeigen Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben Alles klar Na gut Ich bin bereit, wenn du es bist Dum bi dum bi dum Jetzt sind wir automatisch beim Schloss Nö Abgeschlossen Wir sind tauchen und der Stein Wollen wir nicht Äh, was? Profi? Ähm Ähm Hallo? Willst du nicht? Ähm Willst du? Okay Dann haben wir es anscheinend abgeschlossen Okay Dann speichern wir jetzt hier nochmal Und dann Äh Machen wir mit Harry Äh Mit Harry Potter Wollte ich schon sagen Mit Hogwarts Legacy für heute Schluss Und spielen noch ein bisschen Zelda weiter So Ja Hmmmm.